Hallo, herzlich willkommen zum Follow-up des CELIC Benchmarkers. Ihr könnt euch sicherlich noch an das Video von vor einigen Wochen erinnern, wo ich den Benchmarker von CELICs vorgestellt habe. Heute gibt es ein Update in der Analyse und ich zeige euch genau, was sich bei uns im Account verändert hat. Herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Heute geht es um den CELIC Benchmarker. Wir hatten in dem letzten Monat bereits einmal die Analyse von einem bestehenden Test-Account durchlaufen lassen und da gab es so einige Dinge, die wir verändern und verbessern sollten. Und zwar war relativ schlecht die Conversion-Rate mit 3,7% und den Arcos mit 58,6% für die allermeisten Zeller da draußen die Maximalkatastrophe und absolut nicht profitabel. Jetzt haben wir uns in den letzten Monat damit beschäftigt, die Werbung zu optimieren und zwar aufgrund der Empfehlung des Benchmarkers. Wir können uns erinnern, dass der größte Punkt die Conversion-Rate war, natürlich mit 3,7%, aber auch hier der Bereich, wo wir die Werbung geschaltet haben. Das war hier einmal in Sponsored Brand und einmal in Sponsored Products. Wir hatten 29% bei Brands und 71% bei Products und Kategorie-Benchmark war 6% bei Brands und 94% bei Products. So, das heißt, wir hatten zwei Aufgaben. Wir mussten einmal uns überlegen, hey, wollen wir jetzt die Werbung mehr auf Products auslegen und wie können wir die Conversion-Rate optimieren? Und da hatte ich ja im letzten Video schon einige Verbesserungsvorschläge in den Raum geworfen. Jetzt schalten wir hier mal auf den Juni 2021 um und jetzt sieht es komplett anders aus. Ich habe hier schon mal die Vergleichsteile mit eingeschaltet. Das kann ich hier unten. Bei dem Benchmarker, wie hat es denn im Vormonat ausgesehen? Wir haben unsere Impressions um über 100% erhöht. Unsere Klick-Through-Rate hat dadurch leider gelitten, sodass wir 33% weniger Klicks hatten. Und der Cost per Klick ist auch leicht um 0,5% gestiegen. Das kann man vernachlässigen. Wir konnten aber unseren Ad-Spend um 33% reduzieren. Gleichwohl, und das ist das große Geheimnis bei der Geschichte, konnten wir die Conversion-Rate um 140% steigern, aufgrund der Maßnahmen, die wir im letzten Video besprochen haben. Und damit haben wir 60% mehr Orders, also 60% mehr Bestellungen, trotz weniger Werbeausgaben. Und das ist schon mal ordentlich. Und das ist auch der Grund, warum der ARCOS um fast 60% gefallen sind. Das heißt, wir haben uns aufgrund dieses Benchmarker-Reportings hingesetzt, überlegt, was können wir verändern? Wo können wir andere Wege gehen, um unsere Werbung noch besser zu gestalten? Die Conversion-Rate war für uns super wichtig und dass wir hier den Traffic, die Impressions massiv erhöht haben. Der durchschnittliche Warenkorb ist 17,58 Euro. Das ist ganz leicht gestiegen und zu vernachlässigen. Die erste Möglichkeit, wir haben eben das Listing optimiert. Und das Zweite, was wir gemacht haben, hier in dem Bereich, wir haben uns an den Kategorie-Benchmarks orientiert und haben Sponsored-Brands runtergeschraubt und hier in den Sponsored-Product mehr Geld investiert. Und somit konnten wir die Ergebnisse dementsprechend pushen. Wenn wir hier nochmal ins Detail gehen, wir haben 25,81% im Moment an ARCOS. Der Benchmark liegt bei 28,08. Das heißt, jetzt liegen wir unter dem Benchmark, wo wir früher deutlich drüber gelegen haben. Der Klickpreis ist deutlich niedriger als der Kategorie-Durchschnitt. Die Klick-Through-Rate, die ist so ähnlich. Und die Conversion, und das ist eben der Punkt, was wirklich aufhorchen und noch Hoffnung schöpfen lässt, ist trotz, dass wir es wirklich gesteigert haben, immer noch unter dem Durchschnitt. Hier haben wir weiterhin das maximale Potenzial, was wir ausschöpfen können und wo wir jetzt auch in den nächsten Wochen dran arbeiten können. Also, ein spannendes Tool. Wer es noch nicht getestet hat, den Benchmarker. Unten ist der Link dazu völlig kostenfrei. Ihr könnt es einfach testen und euch eure Anzeigen hier analysieren lassen und vielleicht auch solche Ergebnisse erreichen, wie wir es hier gemacht haben. Wenn euch das Video gefallen hat, den Daumen nach oben, Abo-Button drücken, Glocke drücken. Und wir sehen uns im nächsten Video.